Die Regionalliga Westen, alle Spiele nur bei Sporttotal. Wird präsentiert von Schau ins Land, Reisen. Und der stößt diese Partie jetzt an, Gladbach in schwarz und weiß. Von links nach rechts, die Gas geben den Beker in rot natürlich. Von rechts nach links. Kierodia, Neuzugang von Werder Bremen, Fukuda. Auf der linken Seite, Naderi mit der ersten Tormöglichkeit. Zweite Minute. Schwaches Zuspiel. Jetzt muss umgeschalten werden. Hassani, er hat zwei Anspielstationen. Klefisch, kann er ihn auf den Rechten legen, sein Starker. Marc Klefisch, vielleicht einer zu viel. Klefisch, klasse Abschluss. Und auch klasse gehalten von Maximilian Brüll für 10. Spielminute. Wieder. Balde findet Korb, der kann sich drehen. Kader. Italiano. Für Jagatay Kader. Kriegt er den in die Mitte? Den kriegt er in die Mitte! Und dann der Abschluss. Es ist wieder Naderi. Und diesmal steht Jannik Hasenbein im Weg. Ecke kurz, Ulrich. Möglichkeit! Und war es von Hasenbein gehalten. 35. Riesenmöglichkeit. Weiß nicht, wer es war. Nächste Möglichkeit! Diesmal sicher Hasenbein. Lieder war es, glaube ich. Gut verteidigt von Hühne. Vielleicht jetzt mal. Hasani. Katos, da steht. Bramkamp fast im Weg. Nehmt Pesch mit. Halbfeldflanke Richtung Klefisch. Abschlusschance für Hasani. Klefisch. Klasse gespielt. Hasani! Eifel. 40. Spielminute. Spät Hasani. 2. Saisontor für den gebürtigen Heinsberger. Der kommt hier um die Ecke. Oh, aber wie stark ist das gemacht? Ja, und da kann man auch mal die Torhüter zünden. Fünfter Scorerpunkt auch für Mark Klefisch. Klasse wert für ihn. Kommt die Antwort von Gladbach. Ulrich. Gute Flanke und guter Kopfball. Aber noch bessere Parade von Jannik Hasenbein. Dann aber gut zugestellt von Leon Pesch. Kierodia mit der Halbfeldflanke. Naderi. Klasse gesehen. Lukas Ulrich. Und wieder ist es Hasenbein. Wokuda. Wokuda. Klasse gespielt. Naderi. Naderi Pfosten. Es ist wie verhext. 55. Jetzt die Ecke. Kommt sehr gut ins Zentrum. Und dann ist der Ball nicht drin. Weil auf der Linie. Ich glaube Mark Klefisch. Ne, es ist Leon Pesch. Der auf der Linie den Ausgleich verhindert. Ecke kommt. Zweiter Pfosten. Nochmal abgelehnt. Klasse gemacht. Er schreit. 2 zu 0. Und es ist Mark Klefisch. Wer denn eigentlich sonst? 61. Minute. Und Gladbach ist im Tal der Tränen. Die haben neun Ecken. Neun Stück. Und machen aus keiner einzigen davon was. Und Klefisch. Er brettert das Ding in den Winkel. 1. Minute 2. Andreas. Den Borussen fällt nicht mehr viel ein. Hühne in die Mitte. Böge Kasslan. Böge Kasslan. Böge Kasslan. Woher kennt ihr denn er? 6 von 80. Minute. Dieses Spiel hier ist noch lange nicht vorbei. Böge Kasslan. Wir haben ne Schlussphase. Liebe Fußballfreunde. Schau uns das nochmal an. Annahme. Boah. Schließt mir dieses Tor an die Venen an. Liebe Fußballfreunde. Was ein Gerät. Wieder Bühel-Gasler, nimmt er sich den zweiten? Nee, Schröers! Vollversammlung im 16er! Kopfball, und das war es! Das Spiel ist vorbei! Der erste, bzw. der FC Wittbergbeek, schlägt Borussia Mönchengladbach, die U23 mit 2 zu 1! Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist! Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren! Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video! Ja, sag ich ja. Alles gut.